Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Krypto-EUK-Kanal. Ich bin Finn und wir schauen uns heute wieder die interessantesten Themen rund um Krypto an. Wir haben einmal mit Timo den Gerichtsprozess in New York zu Proof of Work. Wir schauen uns mit mir dann nachher nochmal die On-Chain-Daten an, was aktuell die Hashrate aussagt und wie der Energieverbrauch damit zusammenhängt. Und Liam, der ja gestern im gestrigen Video schon den Dead Cat Bounce Perfect vorausgesagt hatte, der jetzt auch wirklich eingetreten ist. Wir sind jetzt wieder short ausgebrochen. Natürlich noch mit der Chart-Analyse zum Abschluss. Ich würde sagen, wir starten ins Video. Wie gewohnt beginnen wir einmal das Video mit dem News-Part. Heute von mir, Timo, ohne Facecam, da ich aktuell noch unterwegs bin, soll das Ganze aber nicht weiter beeinflussen. Und zwar wollen wir uns, wie bereits gerade eben im Intro erwähnt, einmal über dieses sehr, sehr wichtige Gesetz rund um Bitcoin-Mining bzw. Proof of Work im Bundesstaat New York unterhalten. Und zwar gibt es hier einige Kontroversen, auf die wir jetzt einmal eingehen wollen. Zuerst einmal, worum ging es hier? Heute wurde eben von einem Ausschuss darüber abgestimmt, also heute am Montag, ob das Ganze an die Gesamtversammlung weitergegeben werden soll. Das Ganze wurde jetzt bestätigt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, habe ich in einigen Artikeln gelesen, gegen Donnerstag diese Abstimmung in der Gesamtversammlung im Bundesstaat New York haben. Sehr, sehr wichtig ist aber dazu, man muss einmal sagen, dass es sehr viele Missverständnisse rund um diesen Artikel gibt. Und zwar geht es hier vor allen Dingen darum, dass es die Aussetzung von neuen Genehmigungen für Proof of Work Betriebe, die eben ihre Stromerzeugungsanlage mit kohlenstoffbasierten Brennstoffen betreiben. War jetzt gerade sehr viel Input. Das bedeutet, dass es eben darum geht, wenn jetzt etwas Neues gebaut wird, eine neue Proof of Work Anlage, ein neues Bitcoin Mining Zentrum, dann solange dieses eben auf einer Stromerzeugung mit Kohlenstoffbasis bzw. Kohlenstoffbasis Brennstoff beruht, dann wird das Ganze eben nicht mehr genehmigt und das soll jetzt ausgesetzt werden. Bedeutet aber auch, dass bestehende Betriebe, die eben Strom erzeugen, auf kohlenstoffbasierten Brennstoffen, davon nicht betroffen sind. Was eben auch noch sehr, sehr wichtig ist zu sagen, dass das Ganze jetzt aber eben in gewisser Weise auch schon einige Firmen sehr stark betrifft. Und zwar haben wir einmal Greenwich Generation, sollte einigen ein Begriff sein, und zwar hat sich dieses Unternehmen aktuell ein bisschen darauf spezialisiert, stillgelegte Kohlekraftwerke auf Erdgas umzustellen und dort eben Bitcoin Mining im großen Stil zu betreiben. Das Problem hier ist jetzt eben nicht in den bestehenden Betrieben, sondern eben in der Erweiterung und eben der Neuaufsetzung von Betrieben, wo eben jetzt hier dieses Gesetz das Ganze verbieten würde. Auch ist das Ganze eben ein Problem, da eben, sag ich mal, Firmen, die dieses Modell übernehmen wollen würden, hier eben auch an ihre Grenzen stoßen und da ganz, ganz klar eben jetzt ein gewisser Interessenkonflikt entsteht, da natürlich das Ganze jetzt eben mit einer, sag ich mal, sehr, sehr interessanten Ansatz nicht weiter verfolgt werden kann. Ist aber erst nochmal abzuwarten, was eben, sag ich mal, am Donnerstag in der gesamten Versammlung stattfindet und wie über den Gesetzentwurf abgestimmt wird. Was auch noch sehr relevant ist zu sagen, dass aber, sag ich mal, grüne Energien weiterhin gefordert werden sollen. Der Bundesstaat New York möchte halt vor allen Dingen seine Greenhouse Gas Emissions bis eben 2050 auf bis zu 85% senken und beginnt hier natürlich gerade eben mit dem Bereich Proof of Work, da eben Bitcoin Mining hier in diesem Bereich natürlich sehr, sehr stromfressend ist. Was aber dazu zu sagen ist eben, dass die erneuerbaren Energien sehr, sehr stark gefordert werden und gerade im Bundesstaat New York sehr, sehr billig sind. Beispielsweise durch den Niagara River, wie es hier unten auch nochmal genannt wird, hat man sehr, sehr billige Stromkosten, gerade im Vergleich zu den Gesamtstromkosten in den USA. Das bedeutet, hier sehe ich unbedingt gar nicht so diese große Panik, die aktuell im Cryptospace gemacht wird. Natürlich ist es eine sehr, sehr schlechte News, da sich dieses gesamte Prinzip natürlich auf die anderen Staaten auswirken kann, wenn hier erstmal ein so Gesetzesentwurf verabschiedet wird. Aber da es eben jetzt hier nur eben die Stromerzeugungsanlagen auf Kohlenstoffbasierten Brennstoffen betrifft, denke ich, ist hier gar nicht so viel Panik zu machen und erstmal abzuwarten, wie überhaupt darüber abgestimmt wird. Herzlich Willkommen hier auch zum On-Chain-Data-Part. Wir schauen uns heute mal den Zusammenhang von dem Stromverbrauch vom Bitcoin-Netzwerk an und der Hashrate. Und zwar gibt es hier einen relativ interessanten Post, den ich heute gefunden habe und zwar von Watcher Guru. Und der sagt, dass Just-In-Bitcoin-Network Electric Usage dropped by 25% in Q1 2022 bedeutet so viel wie, dass der Energieverbrauch vom Bitcoin-Netzwerk um 25% gesunken ist. Im Vergleich Q1 2022, im Vergleich zum Q1 2021, also zum Vorjahr sozusagen. Das ist hier bei einem Report von BMC rausgekommen. Und wenn wir uns das jetzt mal im Zusammenhang damit noch mit der Hashrate anschauen, wird das Ganze schon ziemlich interessant, muss man ehrlich sagen. Denn, wie man hier schon sieht, 2021 hat hier angefangen, 2022 hier. Also erstes Quartal hatten wir hier diese Hashrate. Also wir sehen, sag ich mal hier, ich brauche jetzt nicht diese Zahl vorlesen. Und hier im Quartal 2022 hatten wir dann ein ganzes Stück mehr Hashrate. Ungefähr hier knapp so 12-15% ungefähr, irgendwas um den Dreh. Und jetzt wird natürlich sehr interessant, warum, wie kann das denn sein? Wir haben weniger Strom verbraucht und haben trotzdem mehr Hashrate. Und das liegt ganz klar, wie jetzt hier auch schon Jan Wüstenfeld zuschreibt, Bitcoin Hashrates around all time highs. Also die Bitcoin Hashrate ist nah zum Allzeithoch. Die Energy Consumption ist tiefer als vorher. Das heißt, die Effizienz ist gestiegen. Und das ist genau richtig. Denn ganz klar, wenn wir weniger Strom verbraucht haben und eine höhere Hashrate haben, dann haben wir ganz klar im Endeffekt einfach ein effizienteres Netzwerk geschaffen. Und das muss Bitcoin im Endeffekt auch in den nächsten Jahren natürlich noch deutlich, deutlich verbessern. Aber das ist schon mal ein extrem gutes Zeichen meiner Meinung nach, dass wenn der Strom wirklich jetzt um 25% gefallen ist, im Endeffekt der Stromverbrauch, trotzdem die Hashrate so ein ganzes Stück höher ist. Trotzdem muss man dazu natürlich auch noch sagen, dass letztes Jahr auch gerade in China, welcher der bisher oder zu dem Zeitpunkt größte, das Land mit dem meisten Mining, mit der meisten Mining Power war, mit der meisten Hashpower war, dass sie zu dem Zeitpunkt Bitcoin Mining gebannt haben. Und dementsprechend ist das natürlich auch etwas eingebrochen. Trotzdem insgesamt kann man sagen, dass die Hashrate hier natürlich auch Wende spricht, dadurch, dass wir halt trotzdem auch eine höhere Hashrate haben. So, ich würde sagen, das was aber auch schon mit dem On-Chain-Data-Part Insgesamt erstmal ein sehr positives Feedback, dass wir im Endeffekt ein deutlich effizienteres Bitcoin-Netzwerk haben. Wir machen es weiter mit dem Chart. Ciao. Okay Leute, dann kommen wir auch als letztes im Video wie immer zur Chart-Analyse mit Liam. Und ich möchte euch heute mal etwas auf dem Week-, Daily- und Oli-Chart zeigen. Fast wie immer eigentlich haben wir immer sehr interessante Pattern hier. Und das erste wäre quasi dieser Uptrend-Kanal auf dem Weekly, welcher mit dieser Wochenkerze hier einen nahezu perfekten Bounce hingelegt hat. Und hier haben wir jetzt schon mal wieder unsere zwei Szenarien. Und zwar kann es jetzt natürlich sein, dass wir hier einfach mit dem Kurs weiter nach oben pumpen und es wieder Richtung nach oben geht und wir diesen Uptrend-Kanal hier weiterführen, den wir gerade auf dem Daily haben und Richtung 45.000, 46.000, 47.000 Dollar gehen. Oder dass diese Woche dieser Bounce hier oder diese Candle hier nicht erhalten wird und wir tatsächlich womöglich hier nach unten outbraken. Das kann natürlich beides passieren. Wir schauen uns die Situation aber nochmal auf dem Daily an. Auf dem Daily haben wir ja hier den Uptrend-Kanal, von dem ich eben gesprochen habe. Und da sind wir rausgefallen. Und gestern im Video hatte ich gesagt, dass wir mit Bestätigung nach unten ausgebrochen sind. Und diese Candle hier hätte ich eigentlich nicht erwartet, muss ich sagen. Diese Candle war sehr stark. Wir waren zwischenzeitlich hier unten auf dieser riesengroßen Downtrend-Linie, sind da perfekt gebounced und sind fast wieder in diesen Uptrend-Kanal beziehungsweise sind mit der gestrigen Candle wieder in den Uptrend-Kanal rein. Nur, dass jetzt quasi der Fall war, dass wir wirklich mit der heutigen Candle wieder sehr stark abverkauft wurden aus dem Uptrend-Kanal raus. Und das liegt unter anderem daran, dass wir hier an diesem, ja ich sag mal, ersten wieder vorhandenen Fibonacci-Retracement-Level gebounced sind, was durch das Aufspannen hier vom All-Time-High runter zu unserem lokalen Low entsteht. Auf dem Stundenchart kann man das Gleiche erkennen, was ich gestern gesagt habe. Und zwar habe ich gestern gesagt, wir sind hier aus dieser Konsolidierung ausgebrochen nach unten, hatten dann hier den Bounce auf unserer großen Downtrend-Linie, sind extrem gut nach oben gepumpt und jetzt fallen wir hier nach unten. Es wäre jetzt natürlich spannend, ob diese Support-Zone hier beziehungsweise diese Konsolidierungszone hier halten wird als Support-Zone für den Kurs. Momentan sieht es hier natürlich etwas stark abverkauft aus und momentan, wie ihr gerade auch sehen könnt, fallen wir wirklich noch weiter. Aber ich könnte mir natürlich gut vorstellen, dass wir dieses halten. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier aufgrund des Fibonacci-Levels auf dem Daily-Chart einen sehr starken Dead-Cat-Bounce sehen und hier erstmal wieder auf Level wie, also auf Level von unter 40.000 sind wir ja gerade schon, aber so in Richtung 39.000 Dollar gehen. Dementsprechend hätten wir hier auf dem Daily quasi unsere Möglichkeit, hier irgendwo bei dieser Support-Zone zu reversen und einen Bounce zu sehen oder hier nach unten durchzufallen und quasi nochmal diese Linie anzutesten. Und dann wäre es nochmal spannend, was passiert, wenn jetzt wirklich erneut diese Linie nach schon vier anderen Antests erneut angetestet wird. Ja Leute, das war es wie immer mit der Chart-Analyse. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abonnement da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zu einem neuen Video morgen. Bis dann Leute, ciao.